Das war gerade erbärmlich. Ich sollte nicht durchstarten. Das war jetzt aber wirklich erbärmlichst. Ich habe nur leicht zu mutig haben gesagt, ja okay, dann landet es eh drauf. Nein, es geht gerade durch. Das ist lange kalt. Okay. Au. Huch. 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 Huch, 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 das er muss. Bullshit. Ah, das letzte mal fort. Das ist lächerlich gewesen. Das ist lächerlich gewesen. Ach, das ist lächerlich gewesen. Nez, das ist lächerlich gewesen. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Gut gemacht! Ich würde das nicht sagen, dass ich nicht gut bin. Ich würde nicht mit Donkey Kong. Oh Gott. ... ... ... ... Schreiber, Schreiber, Schreiber. Oh, das ist wirklich eine Funeralität. jetzt Jetzt stelle ich mich einfach... Ich habe jetzt glaube ich jetzt 40 Sachen schon verpasst. Das ist irgendein, Bruder, irgendein, das ist die zerstörende Lassenlinie. Ich habe wieder einen verpasst. Das ist auch ein Verpasst. Ich habe noch einen Verpasst. Hier machen sich die Plätze voll hoher aneinander, dann haben wir da 5 Bänke bekommen, Problemidee auf jeden Fall. Das ist Nummer 3, dann den Aniko, Soda und den Tindu. Das war schlecht. Endergebnis! Ja, kam zuerst. Waddle Dee! Der Mill. Korumbarücke bekommen. Inkling? Ok. Mit Sound schaltet man den Inkling vorher. Ok. Well, this is random einfach. Drei, zwei, eins, los! Endergebnis! Endergebnis! Drei, zwei, eins, los! Ja, komm aus dir! Ok. 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 Das kommt los dazu. circels", ok. Endlich! Endlich! Ah, da kann man nur 0,7-Farmel dazu Wirklich Das war die Postge-Evergleich Los! Neues Oh Endlich! Ach du sytu Toy Jetzt kommen die gleich am Anfang. Ich wollte das von Anfang an machen, aber ich muss die ganze Kuba-Familie auslöschen. Das ist der Balls-Junior. Das ist ein falscher Rätsel. Zum Mordklicks am besten von seinen Schwistern. Das ist der Balls-Junior. Das ist der Balls-Junior.